Das Datum der Erstausstrahlung dieser Biennachrichten war der 11. August 2020. Der Ist-Anmolsee ist ein beliebter Ort um Warsche zu angeln. Deshalb fand genau hier ein Angelbindewerk statt. Conchita konnte den Sieg für sich beanspruchen dank ihres 35 cm großen Fangs. Conchita kommentierte. Mein Schwimmer war geformt wie einige Karotten. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Karotten lassen wohl selbst Forellenbarschen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Klingt doch auch lecker, nicht wahr? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Dieser Ort bericht gesendet. Genau wie ich jetzt von hier in der Nacht habe. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Abdalas Metsch. Der 11. August war das Sende davon dieser Biennachrichten. Die Bis zum nächsten Mal.